Was geht ab meine Gamer Hi, willkommen zurück zu einem neuen Video, ich hoffe euch geht's gut. Heute hat Holyoverse offiziell ein neues Spiel angekündigt und das heißt Zenless Zone Zero. Man kann bei den Social Media Kanälen bereits das Profilbild sehen, so sieht es momentan aus. Interessant auf jeden Fall. Ich habe noch keine Ahnung was uns erwartet. Ein offizieller Teaser wurde bereits hier gepostet und die haben eine eigene Webseite gelauncht. Mit dem Datum 13. Mai. Es wird also auf Freitag der 13. Mai. Ob das jetzt geplant ist, I don't know. Auf jeden Fall ist diese Seite ein Counter und ihr seht ein Fernseher. Auf den ersten Blick denkt man, dass man hier gar nichts weiter machen kann. Dann habe ich aber herausgefunden, dass man auf den Knopf drücken kann. Und hört mal hin und schaut mal hin was passiert. Okay, interessant. Also ihr seht, dieses Feld ist gespawnt in der Mitte. Hier. Und anscheinend wird die Stadt jetzt gerade evakuiert und das ist anscheinend Sicherheitsstufe 2. Das sagt bisher noch nicht ganz so viel. Ich habe überlegt, okay, kann man irgendwie analysieren, was genau hier passiert. Vielleicht auch hier mit den Bildern und so. Oben links in der Ecke sieht man ein paar Sammlungen. Damit kann ich auch noch nicht so viel anfangen. Ich spiele und streame by the way jetzt auch Honkai Impact neben Genshin Impact. Und vielleicht kann ich ja da irgendwas herausfinden. Ob das irgendwie mit Honkai Impact, Honkai Starry oder Genshin Impact zusammenhängt, weiß ich nicht. Vielleicht wird es auch ein ganz anderes Spiel, weil da jetzt weder Honkai noch Impact oder so im Namen hat. Hier sieht man auch ein Poster. Ich denke von irgendeinem Film in diesem Universum. Der hat eine Pistole. Interessant auf jeden Fall. Und dieser Post hat mir jetzt auch nichts. Es bleibt also spannend. Warten wir mal bis zum 13. Mai und schauen, was passiert. Die Honkai Starry Closed Beta ist auch fast um die Ecke. Da freue ich mich auch schon extrem drauf. Ich weiß, dass bestimmt viele von euch da draußen denken, wie kann es sein, dass sie schon wieder ein neues Spiel ankündigen und und und. Ich glaube, dieses Spiel ist schon länger in der Entwicklung, Leute. Und ich gehe davon aus, dass ein eigenes Teamstudio ist, der sich um dieses Game kümmert. Also bevor die Ersten kommen und wieder sagen, ja kein Wunder, dass deswegen 2.7 von Genshin Impact verschoben wurde. Leute, glaubt mir, ich glaube nicht, dass es der Grund ist. Auf jeden Fall, Leute, bleibt gesund und heute ist Muttertag. Denkt dran, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns in den nächsten Videos oder Streams wieder. Bye bye, euer Hai.